Bilder für die Nostalgiker unter den Fans des FC Erzgebirge. Martin Mennel seit Freitag mit 419 Pflichtspielen Rekordhalter des Vereins in dieser Kategorie im Jahr 2009 auf dem Golfplatz. An der Seite des damals 21-Jährigen schlug der damalige Mannschaftskollege Natsch Braham mit ab. Der Stammtorhüter und der erfolgreiche Stürmer des FC Erzgebirge agierten damals als Auer-Erfolgsgaranten vor der Kabeljournalkamera. Das Ergebnis des spaßigen Drehs wurde den anderen Spielern als kleine Unterhaltungseinlage bei der FCE-Weihnachtsfeier gezeigt. Natsch Braham hat mit der Saison 2010-11 seine Karriere als Fußballprofi beendet. Martin Mennel ist inzwischen FCE-Kapitän und Rekordspieler. Am 16. März wird er 33 Jahre alt und ist damit im besten Torwartalter.